Ich muss nach da unten. Ja, geiles unten. Hammerfett, das unten hier. Ich könnte doch hier lang gehen. Nein. So. So, so, so. Was? Auf was für einen? Höhe war das nochmal? Na. Ihr Mongos. So, das heißt, da gehe ich schon mal nicht runter. Sag ich jetzt schon, so wie es ist. Ganz ehrlich, weil da möchte ich auch nicht runter, weil das scheiße ist. Und ja, es ist scheiße. Oh. Oh. Oh, oh. Mach dich weg, mach dich weg, mach dich weg Alter Weißt du, ich schwitze hier schon Und das Vieh attackt mich auch noch Scheiße, ist nur Gold Jeder normale Mensch freut sich, wenn er Minecraft Gold findet Und was bin ich für einer? Ich freu mich nur, wenn ich Redstone seh So, der muss schon mal Weichen Hm Oh, da drüben geht's weiter Fuck the wall, Junge Fuck the system, Junge Was Nee 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 Hallo? Piss dich Piss dich Na du Weißt du, was ich kann? Bitch please Aber erstmal Mordsmäßigen Leck verursachen Also Das kommt erstmal da rein Ich brauche jetzt Pflasterstein Den lasse ich hier Die Kohle kommt da rein Dann brauche ich Eisenbahn Das bleibt hier Wo ist ein Mob Drop? Wie war das Pfeile zählen hier drunter? So, ich habe jetzt Das 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 Dann brauche ich jetzt noch Holz Habe ich jetzt Das Holz machen wir erstmal zu Kleineren Holz So, jetzt Machen wir erstmal die Pisten So 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 Vier Stück 1, 2, 3, 4 Zack 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 So Jetzt brauche ich meine Gears Und meine Fackeln Wieder So Scheiße Glas Was macht die mitdenkende Person des Lebens? Genau Einmal Fick dich Was tut da nochmal? Setz mal hier Cobblestone Da setz mal Cobblestone Komm da Dass ich es hier so Die gerade habe Ein Cobbl Das wird lustig Weil ich Einmal Da in der Ecke Was setzen muss Und dann muss ich noch gleichzeitig Hier in der Ecke Den setzen Das wird so ein Gelumpe Damit beide gleichzeitig Betrieben werden So Wie viele Wie viele Dears habe ich Nehmen wir erstmal Zwo Da haben wir schon mal Acht Stück Stück Ich arbeite Selten Auf Stückzahl Schon gewusst Alter Weißt du was mich gerade Voll anpisst Dass ich keine Schaufel habe Das hört es gerade voll an So das kommt da rein Das kommt da rein So das kommt jetzt mal ins Inventar Man merkt wieder Minecraft Experte So So So... so ohne spaß hätten es so stockduster das ist ja düsterer als in den arschloch da habe ich wieder eingerissen das ist jetzt der gelbe gut hier in den gelben jetzt muss ich das noch rausnehmen und das und das und das so hier unten kommt hier unten in den gelben kommt das, 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 das und das rein das haben wir hier hinten, also da ist noch gar nichts so jetzt brauche ich erst mal das Gänse-Shit-Gelumpe sowas kommt nach oben rein da kommt der Gansche-Gansche das ist ja